Jo Leute! Hier! Neues Video! Nehmen wir noch ein bisschen den Körper geshakt und jetzt geht's los. Gespielt werden wieder die neuen DLC-Games. Und ich sehe schon wieder meinen eigenen Bart. Endgame. Was sind die neuen DLCs? Endgame. Bore, wenn du kein Plan hast, dann machen wir nicht. Welche Map waren das jetzt überhaupt? Ich weiß es gerade auch nicht. Leu, deswegen ist die Flagge durch. Ist nicht. Voll, voll, far away, away, away und so. Oh, komm! Boah! Drecks Ding! Oh, da leuchtet da mal. Wie willst du dich, ne? Ach manno! Wie geil jetzt so was kommt und endet das mit das Ding amal. Oh, voll knapp und so alles. I follow you. I follow you. I follow you. Boah, scheiße. Aber dann wird die Bra... No! What the fuck? Nein. Ich war ja nicht mehr da wo du warst. Hast du nicht angefangen? Boah, da hinten leuchtet die ganze Zeit so ein Teil von dreckigem... Leuchtrot-Teil. Ich komm grad nicht auf... Warte. Äh, 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 äh. Ich hab... Ich komm grad nicht auf den Namen. Lass mich rein! Lass mich doch rein! Och, manno! Nils nehm ich mit! Ach so, du hast ja noch jemand anderes drauf. Ich bin nicht froh. Weil ich hab die Flagge und der fährt. Ey, Leute, die haben uns ein Heli geklaut. Achtung! Erneuerung! Gebiet ist ein Feind! Nein! Alter! Boah! Solche dreckigen Fenster an den Campen an der Flagge... Wie? Du weißt, dass die meisten nur Kinder sind. Das ist kein Kind mehr, die sogar 18. Ich bin ja wohl auch. Ich meine, ich bin jetzt 17 und sie ist 23. Achtung! In eurem Einsatzgebiet wurde ein feindliches Fahrzeug gesichtet. Over! Waltenfrühgeburt. Oh geil! Genau! Stütz ab! Los! Lass schneller Lach! Los! Sehr, sehr früh! Doch, manno! Voll! Feindliches Fahrzeug! Feindliches Fahrzeug wurde in eurem Gebiet gesichtet. Boah, ich glaube ich auch noch nicht einkillen, ne? Nö! Oh! Oh! Kalt hier! Kalt hier! Kalt hier! Fertig zu! Diese Runde geht an uns! Zur Hölle mit denen! Over! So! So! Zockposition! Ist das gut? Ja, ist doch gut man! WTF? No! Nö! 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 OH MANO! mein loll wcf nomine mann oh voll der spaß hier ach ich gehe jetzt einfach auf verteidigung mann fuhr knapp und bambambam im gedenken an die armbäume wo der heli gerade reingeflogen ist ja genau boah ich war boah ja nö ja ist ok wie das scheiße rächt mich jetzt schon da auf mann wieso treffe ich nicht so der scheiße immer vor allen Dingen warum kommt der typ mit unserer flagge zurückgefahren das verstehe ich ja gerade nicht oh lol das sind ja Feinde lol geil 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 oh geil beide getötet blut wurde wieder belebt ehrenhaftes blut an meiner hand hier willst du töten ok hast schon ok warst du nicht egal ne 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 jihau oh god get shit halt ruhig halt ruhig halt ruhig jetzt muss ich aber ne ne ich bin tot wir waren schon da wir waren schon da ach ne der zweite hat Müll zu wählen ach ne es muss aber der erste sein wie immer da 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 oh Oh, shit, krass. Sehr schön, dass du nicht weiterfährst. Na, wow, ey, wartest du mal? Ich wollte auf den Heli ballern. Schade. Tod. Komm, lass nach. Sorry, BTF. Wow, jetzt hat er sich mein... Wow, mein Moped geklaut. Oh, Manu, ich hab doch nie meinen Führerschein. Wir haben einen feindlichen Panzer gesichtet, der in eurem Gebiet unterwegs ist. Over. Ich bin tot, du lebst natürlich unter. Das ist so egoistisch. Ich stand davor, ich hab die ganze Zeit B gedrückt zum Aussteigen. Habt ihr angewunden, dass du lang geübt hast? Nein, ich hab B gedrückt zum Aussteigen. Gar nicht, du bist... du bist neben mir, Herr Fenn. Dann ist aber jemand gespawnt bei mir. Oh, du bist da. Drecks Lappen, Alter. Achtung, das Einsatzziel wurde erhobert. Und Simon mit der Herbockfliege tippt ihr nichts mehr zu lachen. Okay. Go nearz, go nearz. Achso, du hast ja sogar nicht die Flagge gehabt. Ja, der Pfarrer. Locker gesagt, ich sammel euch... Ich same euch ein. Shit, ich seh diesen Spasti von Heli-Man nicht. Feindliche G-Port in unserem Einsatzgebiet gesichtet. Over. Die die Flagge nach Hause gebracht? Ja. Ja. Achtung, wir haben das Einsatzstil erobert. Over. Oh, lol. Ach, Kacke. Nein. Lappen. Drecks Lappen, Alter. Da ist Morph und da ist Dinger. Ach, Mann. Ich bin immer so knapp dran. Ja, genau. Jetzt geht er so derbe... Ja, jetzt wurde ich gemessert. Oh, Manu. Och, Manu. Manu. Jetzt hat er meine Marke. Mein Blut an seiner Hand. Und wenn er sich dann einen runterholt, hat er sein... hat er mein Blut an seinen Penis und dann kriegt er jetzt... Achtung! In eurem Gebiet wurde ein feindlicher Passagier gesichtet. Over. Ein erfrischendes... Schlückchen von die Biere. Egal. Nehmei. Wach und boi holt die Scheiße. Medal of Homo. Das würde immer an Leben zu dir passen. Oh, Mann, Alter. Immer für knapp. Oh, Mann, Alter. Immer für knapp. Oh, geil. Immer so knapp. So kurz davor zu kommen und es dem schafft er es nicht. Also, ich bin ja extra stehen geblieben, damit der Army in den Winston auch mein Kühl kriegt. Was lachst du da? Oh, geil. Hammergeil. Mann! Ich hab... Ich hab den nicht gesehen. Ihr habt die ja gerecht. Wenn du jetzt noch bei mir spawnst, dann bist du die Tiere. Ich bin extra möglichst versteckt. Wie ein Ninja, Alter. Bin ich zwar zu fett für, aber ich bin wie ein Ninja. He. Du bist wie ein Ninja-Elefant. Elefanten-Ninja. Das sehe ich nicht. Ich hange hier hinten an den Steinen rum. Der Heli startet. Ich hab einen gemessert. Ich hab einen gemessert. Switch! Gott. Ja, ich hab bloß leider nichts mehr zu werfen. Alter, du bist voll viel mean. Oh-oh. Die Russen kommen! Die Russen kommen! Die Russen kommen! Oh, yeah. Los, nie jetzt! Los, nie jetzt! Los, nie jetzt! Schnappet ihr! Schnappet ihr! Rettet! Paketenwerfen! Jetzt haltet ihr mich schnell! Sehr... Ne, oh. Verkackt. Aber da hat die Flagge doch zuhause gebracht. 3-1. Wir scheißen nach Vollluste. Warum? Weil wir's können. Aufpasch. No, glo-ro-ro-ro. Du rau! R pelig-� daw-rau-ram-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-damоном-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Brauch, nicht ihr Lunch-Orawe porta rennnt! Holz, scheiß die Wand an! G shades pas Yoga, die Wand an! Da go-ro-ro-roar! Oh, riecht ja wie Durchfall. Oh, geil, Durchfall. Ah, voll, oh shit, das ist fein. Hier fliegt was rum. Nein, ne Mine. Oh, lol. Manu. Oh, manu. Alkohol. Alkohol hinterm Steuer. Oh, net, bin ich wieder. Durchschtet geil. Wieso schießt das Ding nicht? Ach so, falscher Knopf, würde ich sagen. Ne, auch falscher Knopf. Ne, ich hab den Heli in dem Visier. Was ist das wichtigste? Ne Pisser. Ja, ist wirklich. Ist wirklich so gewesen. Naja. Ja. Wie soll ich eigentlich auf dich schießen? Wie soll ich eigentlich auf dich schießen? Ach so, ne. Nee, das stimmt. Ah, nicht an dir so da... Ach so, ne, das stimmt. Ach so, ne. Nicht an dir so da ans Molzachrad, meine ich. Bei mir. Da muss ich mich für entschuldigen, aber das ist so ne Sache. Nicht. Oh komm ab. Nein, da nicht. Ich weiß auch nicht wie das passieren kann. Aber... Hauptsache. Loll. Loll, ich hab... Ich hab sogar's Klicken gehört, wie das... Ey, mach ruhig gar nicht. Nee. Gott. Hier vorne sind bestimmt irgendwo Minen. Ja. Ach, Manu. Was hast du eigentlich gemacht, wenn du das wusstest? Nein. Nein, ich bin tot. Das ist doch einer meiner Rebo. Oh Gott. Ui, das war jetzt aber... Bäm, bäm. Gleich hinterher. Mhm. Komm, 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 komm. Direkt nochmal zwei hinterher. Damit's dir gut tut. Alter, ich... Bam. Zerstör. Oh, oh, oh. Oh, man. Wie fährst du denn, du Dulli. Oh, man. Ist doch unglaublich. G36-10. G36-10. Besteht aus dem G103 und dem C. G36-10. G36-10. Ach, Mann. Boah, da kam mir fast noch mehr hinterher als gedacht. Das war ja gar kein Feind. Ja, was fand die... Ja, ich bin draußen hängen geblieben, wenn du zu weit drin gelaufen bist. Schieb mich an. Schieb mich an. Oh, geil, ich hab einen getötet. Oh, hammer, 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 geil. Keine Sorge, ich verteidige dich. Achtung an alle Einheiten. Wir haben das Einsatz. Wir haben das... Ja, bei mir ist voll. Wir haben das... Warte, ich werd ja rein... Ich werd ja... Ich werd ja voll? Ne, ich... Oh. Egal, ne, ich bin noch drin. Fick dich, Alter. Mit äußerster Vorsicht weiter vor. Da... Keine Ahnung, ich versteck ihn mal hier. Da kommt was auf den Zuge. Du weißt Quartz? Der ist ja Quartz bei vorher. Deswegen müssen wir ausgestiegen. Aber der andere... Kann ich schießen. Mann, deswegen geht die Kacke da nicht kaputt. Du willst mich vom Arsch. Du transportierst. Ja, fahren noch weiter, Eck. Und wo? Aufs Uff, da kommen welche. Warte. Warte. Willst du mich verarschen? Mit einem Schuss kriegt mich der T90A. Mit. EINEM. Schuss. Alter. Ich hab das Fahrzeug von dem... Warte. Alter. Warte. 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 Ich bin zweiter. So, mit Minus, KD aber scheiß drauf. So, ich steck geil. Ich bin zweimal gestorben. Alleluia. Du weißt ja ganz genau, dass ich grad mal sehe, ich übersehe die Einsen auch immer. Du hast vier tot, äh, vier gekillt und bist zweimal gestorben. Ich hab acht gekillt und bin zweimal gestorben. Ja, ich bin viel besser als du. Du weißt halt nicht. Ja, fuck you, Alter. Piazza. Nein, mein Deckel... 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 Zabalon. Zabalon. Zabalon-Pipeline. Da läuft der Speicher. Oh, yeah. Ja... Die hat er schon gespawnt. Loll! Frag nach wie's mir geht. Oh, Heli. Jetzt hab ich ihn aus Versehen runterfallen lassen, ob das böse ist. Loll, ich hab ihn! Genital, man! Richtig genital! Nice. Achtung! Vorsicht! In eurem Operationsraum ist ein feindliches Fahrzeug! Over! Achtung! Das Einsatzziel wurde erobert! Over! Oh, leu! Muah! Gesichtet worden! Over! Oh, hier fliegen die Schüsse mit dabei! Ab die Flacke! Oh, lol! Wie macht der das? Aho! Ich hab sie eher aufbaut! Oh, geil! Jetzt ist meine Nase zu! Och, Mann, oh! Wir haben einen feindlichen Panzerabwehrschützen in eurem Operationsbereich gesichtet! Over! Jihau! Wir kommen! Schon mal ein kleines Zeichen geben und so. Ich lauf durch den Wald. Ich hab mich noch gesehen, aber ich dachte, die gehen nicht hoch. Der wollte mich mit der Schädelchen abknallen, der Hurenzern, Alter! Der wartet da ein bisschen. Der wartet da ein bisschen. Der war entdeckt, over! So treffsicher bist du! Oh, halt, hab ich mal den Mauch getroffen! Oh, lol! Hauptsache, hab ich nicht so runtergefallen! Ja, okay! Ich hab mich nicht gut! Da haben sie dich nämlich... Nein! Weee! Goddammit! Ja, Platz hier! Ist der Platz hier? Minen! Minen! Oh, nein! Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Einsatzgebiet gesichtet! Over! Ich hör den Heli starten! Ich hab nen feindlichen Helikopter gesichtet! Over! Mann! Oah! Oah! Achtung! Wir haben das Einsatzziel erobert! Over! Oh, Alter! Wo bist du denn durch? Kann mir nicht weg! Was soll ich denn sagen? Ganz normaler Punkt bei Battlefield. Wie eh und je! Oh, lol! Ich hab gerade einen feindlichen Panzer gesichtet! Auf, auf, halten! Over! So, scheiße! Wir haben einen feindlichen Panzerjäger in auf dem Einsatzgebiet gesichtet! Over! Achtung! Granate! Von? Wir haben einen feindlichen Panzer! Höher! Wer hat coating sollen? Wer ist von der Schlag? Hm... Gute Arbeit Männer, das Einsatzziel ist erobert und wir können zurück zur Basis, erobert. Nein, jetzt überfährt mich diese Scheißkarre noch. Weheheh, wir impfen alle Minen, Alter. Mal los? Genau. Das ist jetzt für den Wind, ich hab genau der Mitte geschossen, König. Schicksal. Nein, ist das... Boah. Seit wann ist denn bitte ein Auto schwächer als so ein fucking Baum? Also das ist doch jetzt echt mal uncool, oder? Achtung, in eurem Einsatzgebiet ist ein feindlicher Soldat. Rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Over. Richtig kleine, abgesackte Arsch. Arschies Arsch. Oh lol. Und wie ich gleich die Nachricht bekomme, meine Xbox hat sich aufgehangen. Jaja, jetzt müssen wir warten, bis er wiederkommt. Und... So. Quacko. Quacko. No, no. Ah... Ha. No, no. No, no... No, 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 no. No, 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 no. . Oh Mr. Das Ding hat jetzt ne neue Visierungen. Ein Vierfachzoom. Jetzt haben wir ein Siebenfachzoom drauf. Ja, probieren wir den noch direkt aus. Hammergeil. Achtung, das Einsatz wurde eingenommen. Over. Nein! 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 Manu! Manu! Voll kacke und so! Hm. Ah, geil. Oh nein. Und raus hier. Oh nein. Raus mit ihr, Brian. Ferti hier. So in die Kacke. Oh nein. Oh! Oh, danke. Oh, das war eine Verstimmtheitil ... Oh Stunden! Tja, wie ihr alle mitkriegt, sieht es ja ganz so aus, als würde ich den Rest jetzt noch alleine spülen. In eurem Gebiet ist ein feindlicher Jeep unterwegs. Rögt mit äußerster Vorsicht weiter vor. Over. Komm, pflanzt das Ding doch hin. Wir haben einen feindlichen Jeep in eurem Einsatzgebiet gesichtet. Over. Och, manne. Wie das geplant war. Das Gebiet ist ein feindlicher Jeep. Over. Achtung. Das Einsatzziel wurde erobert. Over. Hm. 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 So, probieren wir es da mal aus. Ist klar. Oh, lol. Ach, Mann. Kleinstes Problem. Und warum das Ganze? Weil wir ja unsere Scornback ganz seitlich hingeknärt haben. Das hat zur Folge, dass wir dort direkt wieder die Möglichkeit haben. Hm. 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 Ach, Mist! Mist, Mist, Mist! Bock Mist! Scheiss Mist! Alles Mist! So schlecht schaut es hier nicht aus, ne? So schlecht schaut es hier nicht aus. Ach, wie fährst denn du, Mann? Alter, ist so unglaublich, ne? Ach, Mann! ACBR! Nicht mal die Zeit, jetzt irgendwann was zu machen. Dumm ist der Fahrer aber auch, ey. Ist doch gar nicht möglich. So dumm zu sein, ey. Oh, Mann! Oh, Mann! Was ist wohl nicht eigentlich bei denen? Wurde doch völlig angefordert, ne? Ja. Oh, wo fährst denn du hin, Mann? Wir wollen alles feindlich sein. Ja, vergleiche ich mir vor dem Panzer vorbei. Mit Sicherheit. Ja, klar. Ach, Alter! Fickt euch doch einfach! Legen die Arschlöcher da mit einem Minen hin? Na, wir sind jetzt solche Trollos in Lufen. Jetzt hätte man in der Spawnbarke vorbei. Hey, lol. Wäre das erste Mal, dass ich darauf lang war. Hm. Der braucht aber echt lange, bis der wieder online kommt. Bloß dafür, dass seine Scheißnexe abgeschmiert ist. Das war klar, dass das Ganze jetzt wieder weg... Achso. Okay. Kenny versteht. Boah, wie lang das dauert, ja. Da läuft so eine Ratte. Feindlicher Sniperbeschuss in eurem Gebiet. Over. Da hab ich natürlich keine Ahnung, wie welche Kacke fliegen kann. Ach, der hat voll daneben geziert. Achtung, hab ein feindliches Fahrzeug in eurem Gebiet gesichtet. Over. Hm. Ganz produktiv hört man die Schüsse, aber... Wo steht denn das Team hier unten? Achtung, ein feindlicher Helikopter wurde in eurem Gebiet gesichtet. Over. Achtung, ein feindlicher Halt. Ach, Nup, Nup. Ach, Nup, Nup. Ist bestimmt noch jemand drin, ne? Also, das ist fair, ne? Das ist fair, ne? Ach, Nup, Nup, Nup. Ach, Nup, Nup. Da bin ich natürlich mega das leichte Opfer. Hm. Das ganze da gefällt mir überhaupt nicht. Achtung, in eurem Gebiet ist ein feindliches Fahrzeug. Rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Over. Oh, komm. Will ich noch da treffen? Los. Manno, jetzt hab ich ja kein mehr los. Los. Ach, schade eigentlich. Naja, aber ich denke, die zwei Runden sollten jetzt mehr als genug sein. Wensten um ein neues Video reinzukriegen. Hm, na, na, na. Ja. Ja. In dem Sinne werde ich mich dann jetzt ganz... Easy verabschieden. Und das ist natürlich auch toll, wenn sich dann noch das Mikro von einem verabschiedet. Aber wenn sich das Mikro von schon verabschiedet von euch, dann verabschiede ich mich auch von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr noch Ferien habt, schöne Ferien. Bis dahin. Cheers!